So Leute, willkommen zu Server23. Ja, er ist gestartet, er ist soweit. Server23 ist dabei und ich mit meinen 10 Stunden Livestream-Marathon habe das Ganze aufgenommen. Ich bin übrigens gerade immer noch live im Livestream und die ganzen Leute schreiben was im Chat und das ist total ablenkend, weil rechts neben mir der ganze Chat ist. Aber ich habe Alu schon gespielt bis Stufe 3. Gilde wurde freundlicherweise von dem Gully erstellt. Vielen Dank dafür, dass du die Gilde erstellt hast. 10 Gold, du bist der Beste. Und nun werden wir anfangen und... Oh Mann, jetzt erwähne ich dich doch. Bratpfanne 007, du hast einen coolen Namen, ganz ehrlich. Ich mag Bratpfannen. So, ich will Alu spielen, Happy Hour. Wir gehen auf die Gilde. Och, ich darf die Gilde nicht zeigen. Nein, das ist egal. Wir hauen hier alles rein, sind gut ausgebaut und legen jetzt los hier. Komm, ich habe mir schon hier ein paar Sachen besorgt. In Sachen hier etwas, damit ich nicht abkacke. Am meisten hier so ein Stäbchen. Post bekomme ich auch. Wurde schon 389 Mal angegriffen, habe mir zwei Tränke geholt. Der Greif ist auch drin. Jetzt überspringen wir mal. Komm. Und wenn wir eine Quest verlieren, dann werden wir ausrasten. Die erste haben wir schon mal gewonnen. Nicht ausgerastet. Schön gemacht, Lars. Schön, schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist doch alles sehr verwirrend hier. Ach, jetzt geht der Bug hier wieder los, oder was? Ich kann nicht überspringen. Hallo? Ein Pilz bekommen und Stufe 4. Ich bin nun Stufe 4. Oh, was ist das denn? Ein Ausdauer-Ding. Ein Glücksköpfchen. Brauche ich auch nicht. Und alle nur so scheiß Quests. Dann nehme ich doch das hier, damit ich das Ding bekomme. Und ziehe das Ganze mal an, so. Damit das Ganze so ist. Ich muss immer auf die Gilde gucken, weil damit wir Gold haben, beziehungsweise wenn genug da ist zum Ausbauen, dass ich das mache. Was ist das? Eine Glücksrobe. Oh Mann, ey. Spiel, willst du mich denn... Willst du mich wirklich verarschen, Spiel? Oh, da ist der süße Elefant. Ich werde jetzt bis Stufe 10 durchziehen. Und dann werde ich erstmal... Crap. Das Sammelalbum füllen. Beziehungsweise mir erblättern und dann kaufen. Ich habe mir so ein paar Pilze geholt. Aber nur ein paar. Was haben wir hier? Eine 320-Quest. Die nehmen wir doch mal. Oh, das war schon etwas knapp. Nicht, dass ich gleich noch skillen muss. Ich will ja eigentlich viel reinhauen in die Gilde an Gold. Aber... Oh, 2 Gold gibt es hier. Das ist viel. 2 Gold nehme ich an. Bitte nicht verlieren. Schön gemacht. 2 Gold. Und ich muss leider doch ein Stück skillen. Ich muss echt... Ich will oben, wirklich, ich will oben mitspielen. Und ich habe angefangen und es ist gestartet hier. Das Ganze, das heißt, der Server ist gestartet. Erstmal habe ich verkackt bei meiner E-Mail-Adresse. Habe sie falsch reinkopiert. Und... Dann habe ich mein Passwort falsch geschrieben. Musste auf die E-Mail warten. Und zwar auf die... auf die E-Mail, wo dann das Passwort drinsteht. Das ist der Hammer. Ich war so ein Trottel. Was sind das schon wieder für beschissene Quests? Ey, bitte. Game. Und dann kann ich nicht überspringen, weil es buggt. So langsam, aber sicher raste ich hier völlig aus. Gildeschauen ist schon wieder was drin. 27 Gold ist drin. Alles klar. Was haben wir hier? Eine Ausdauerrobe. Ach Gott. Gott, Gott. Was ist das denn? Die nehmen wir mal mit trotzdem. Ausdauerrobe angezogen. Weiter geht es. Ich denke, es kommen nur beschissene Quests. Was ist das für ein Ding? Ach, Glück. Ach. Wieder sehr viel Glück. Und übrigens ist morgen Gold-Event. Und dann wird die Golde richtig ausgebaut. Übrigens, danke schön an alle, die am Livestream dabei waren. Sehr viele, sehr, sehr viele Zuschauer die ganze Zeit. Über 50 Leute durchgehen. 10 Stunden lang. Das ist schon übertrieben. Und lass mich doch überspringen. Bitte, lass mich überspringen. Ich habe die Pilze. Ich schenke dir die Pilze zu spielen. Dann lass mich doch überspringen. Was haben wir hier? Ausdauer. Ausdauerstärke. Drei Minuten Quest. Mit 458. Drei Minuten ist 500. Nehmen wir die. Oh Gott, nein. Nein. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Ich habe es geschafft. Das erste Scheiße verkackt. Das Spiel, du kannst mich am Arsch lenken. Schon wieder eine Quest verkackt. Die erste. Oh Gott. Ach, da muss ich doch wohl. Ich muss einmal blättern. Ich muss einmal blättern. Es geht nicht anders. Und dann kommt hier nur so ein Scheiß. Hier. Handschuhe. Ja, zwei Gold. Übertreiber. Ausdauer. Warum tust du mir das ans Spiel? Wieso? Wieso bin ich so schlecht? Spiel. Lass es doch einfach. Kannst du es nicht einfach lassen. Und meine Stimme versagt schon bei so viel unglaublicher Scheiße. Und was ist das denn für ein Dreck hier? Ich blätter und es kommt nur Scheiße. Oh Gott. Drei Gold. Ey. Drei Gold. Wie zu mich denn? Ey. Das ist doch der Wahnsinn. Echt. Das ist der Hammer. Geschick, Alter. Dann kommt nur Scheiße hier raus. Nur Scheiße. Ausdauer. Die nehme ich mal mit. Oh, schon wieder so knapp. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Musst du wieder skillen. Was ist das hier? Nichts. Ich will nicht nochmal verkangen. Int. 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 Ach. Geht nicht. Wieder überspringen, Bug. Jawohl. Ich kann überspringen. Die Quest war schon etwas besser. So. Nehmen wir hier an. Das Ding hatte zwei Int. Das kann jetzt verkauft werden in den Waffenladen. Wie sieht es in der Gilde aus? Ich habe ein Epic im Laden. Scherz. Vorstufe 50. Geht das doch gar nicht. Och. Ausdauer. Gehen wir auch mal mit. Damit wir Ausdauer bekommen. Auf unseren Köpfchen. Damit finde ich noch eine Quest verkangen. Und mein Charakter sieht sowas von Scheiße aus. Das ist der Hammer. Guckt euch mal, wie scheiße das Ding aussieht. Wirklich. Zehn Stunden am durchgehend am Labern hier. Und man hört schon. Hört man das? Meine Stimme, die versagt so langsam. Oh. Über 1000 diese Quest hier schon. Das ist gut. Stufe 6 bin ich. 600. Bitte. Nein. Nein. Och Gott. Habe ich geschafft. Stufe 7. Stufe 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 2 Gold. 7. 2 Gold. 7. 400. 603 Minuten. 3 Minuten. 6. Ja. Nehme ich die. Dank. Dann schnell klicken, klicken, klicken. Ich habe nur eine Stunde Zeit. Das heißt, bis 24 Uhr. Also. Ich muss mich beeilen. Ich darf hier nicht rumtrödeln. Weil ich will das Sammelalbum auch noch ein Stück füllen. Deswegen 200. Ach Gott. Nehmen wir die. Aber zur Zeit kommen nur Scheiß-Quests, wenn ich ehrlich bin. Da ist nichts Besonderes bei. 803 Minuten. Weiter, 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 weiter. Schneller, schneller, schneller. Was ist das für Schuhe gewesen? Stärke 4 brauche ich nicht. Ja. Das ist doch toll hier. Und wieder der Bug. So haut man seine Pilze weg, Leute. Ihr seht schon. Ne? Nur noch 40 Minuten, genau wie im Chat geschrieben wird. Ich habe nur noch 40 Minuten und dann ist alles vorbei. Ich habe Post bekommen. Oh, ich wurde angegriffen etwas. Gilde. Ist auch gut. Dabei, natürlich. Ich habe alles hochgeskillt. Oh, wieder 2 Gold. Stufe 8. 8, Stufe 8. Ich habe Stufe 8 erreicht. Was sind das für Scheiß-Quests? Was willst du mich rollen? Willst du mich denn rollen? Liebes-Game. Roll mich doch nicht. 805 Minuten. Gott. Schöne Scheiße schon wieder. Hm. 1200. Das ist gut. Locker geschafft die Quest. Und ich hoffe, ihr bekommt alles mit, wie ich das hier mache. Oh, 58, 16 Stärke. 16 Stärke. Was ist das denn für ein Crap? Das Ding gibt 2 Euro. 2 Euro. 2 Gold, 45 Kupfer. Äh, Silber natürlich. Oh Gott, sind das wieder Scheiß-Quests. Muss ich die nehmen? So. 1000, 1300. Das ist gut. Das ist gut. Bitte, nicht, nicht versagen. Nein. Oh Gott, ich habe es geschafft. Stufe 9. Noch ein Level bis zum Sammelalbum, was ich mir erblättern werde. Äh, 2 Euro. Was steht im Chat? 2 Euro wären ein Traum. Natürlich, für ein Item 2 Euro wäre ich der Traum. Für jeden Shakes-and-Fidget-Spieler. Und immer die Taktik machen. Noch ganz viel Alu behalten, dass wir noch eine gute Quest bekommen zum Ende. Und dann erst trinken. So, jetzt trinkt man. Ich kann ja nichts mehr, oder? 0,1. Dann kann ich ja nichts mehr, genau. Dann trinkt man einmal. Dann, äh, verbraucht man die Alu wieder. Natürlich habe ich jetzt Scheiß-Alu nur. Was ist das denn für ein Dreck hier? 8, 8 Erfahrung, 14, jawohl. Dann bekommt man wieder etwas bessere Quests. Genau, 1300, aber 6 Minuten. Das ist aber gut, doch, das geht. Gleich Stufe 10, wenn es so weiter geht. Ähm, ja. Ja, 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 ja. Geil viel XP, sagt der eine. Natürlich. Und ich habe 101 Goldstück verdient. Gilde, hat 147 Gold drin. Mh, Gold, 36 und. Äh, warten, dann können wir gleich Dings, bei 197 können wir ausbauen. Kann auch wer spenden. Spenden bitte. Ich muss 197 haben. Damit, jawohl, 198 passt. Zack, ausgebaut. Schön. Wir haben jetzt 24% und dann wird weiter gequestet. Weiter gequestet. Weiter gequestet. Nehm es an. Oho, ja, Beta Key, wofür? Leck mich doch am Schwanz. Und ich habe einen Pilz bekommen. Die ist gut. Oh, die Quest war knapp. Hätte ich fast nicht. Ich trinke mal wieder. Ein bisschen mehr jetzt hier. Komm, voll saufen. 5 von 10 Biere habe ich schon weg. Bin inzwischen Stufe 9. Ach Gott, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss mich echt beeilen. Tut mir leid, dass es gerade so hektisch ist, aber ich muss in der Happy Hour alles fertig machen. Ähm, 134, 147, 134. Was für scheiß Quests. Kannst du mir das sagen, warum so scheiß Quests kommen? Dann vielleicht noch einmal im Waffenlamm blättern. Wenn man, dass man genau sowas bekommt. Sieben Gold. Oh Gott, das ist ein Rillen. Handschuhe mit nur Rüstung und einem Pilz. Nur Rüstung, Rüstung. Oh, 12 Int. Das ist gut, kostet ein Pilz. Egal. Dann kostet nicht so viel Gold. Nehmen wir dankend an, damit wir etwas mehr Schaden machen. Ähm, die nehmen wir jetzt. Und mir fällt gerade auf, ich muss 25 Gold sparen. Und habe es nicht gemacht. Das war wieder dumm von mir. Da musste ich gleich den Greifen lesen. Oh Gott, bin ich wieder blöd. Ich mache echt diese ganzen Anfängerfehler. Ich bin Stufe 10 jetzt und brauche 25 Gold für das Sammelalbum. Hm, 25 Gold. Ach Gottchen. 3 Gold kostet nur. Beziehungsweise kriegt man dafür nur. Ich verlängere mal kurz. Äh, damit ich den Greifen kriege. Äh, damit ich das Sammelalbum kriege. Ähm, ich will es ja nicht übertreiben jetzt. Vielleicht zu nur konnte ich eben noch was verkaufen. Wie viel gibt das hier? 70. Das ist mir verarschen. Das gibt zum Beispiel 2 Gold. Das verkaufen wir. So. Ähm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin so dumm. Das sind 10 Stunden. Das sind 10 Stunden Livestream. Dadurch passiert so etwas. Ja, sowas passiert dadurch. Ähm. Muss man sich hier ganz seitdem greifen lesen. Ach, ich... Ganze Zeit greifen lesen. Ja, 25 Euro, noch 5 Gold. Zweimal noch. Dann habe ich den für ein paar Jahre. Und dann kann ich das weitermachen. Ähm. Auch, jetzt fehlt mir noch ein bisschen. Einmal noch. Komm. Wir haben es doch. Oder wir greifen jemanden an. In der Arena am besten. Dann komme ich auch noch Gold. Äh, Ehrenhalle. Der vielleicht. Ähm. Hat er schon ziemlich viel hier. Geh mal ein bisschen weiter runter hier. Stufe. Keine Ahnung. Was bin ich? Ich bin Stufe 10. Genau. Wen greifen wir denn da an? Eye Weapons. Greifen wir an. Schaffen wir Eye Weapons? Mal gucken, ob Eye Weapons schaffen. Wir schaffen Eye Weapons. Wir haben uns bekommen. Ah, es passt genau. So. Äh. Zauberladen. Blättern. Blättern. Da ist es schon. Bam. So schnell bekommt man den Dreck. Zack. Sammelalbum bekommen. Äh. 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 Nun. Am besten unten weiter, damit ich nicht so weit nach oben gedrückt werde. Tausend vielleicht hier, der schön viele Items hat. Oh Gott, schaffe ich den? Na klar, schaffe ich den. Oh, fast ein Prozent. Und wirklich, ich muss mich beeilen, Leute. Ich kann gerade nicht viel erklären, denn... Ihr müsst bedenken, ich habe nur eine Stunde. Das heißt, gleich nur noch eine halbe Stunde. Ich muss das fertig machen. Deswegen muss das Ganze passen hier. Greifen wir den nochmal an hier. Der Sturm natürlich ist immer gut, der Sturm. Ehrenhalle, greifen mich an, schreiben sie alle. Daniel Let's Play soll ich angreifen? Okay. Wie heißt, wie wirst du denn geschrieben? Ach so, Let's Play zusammen. Da, ich greife Daniel Let's Play an. Such Gilde. Du hast aber schon ziemlich gut geskillt. Schaffe ich dich denn? Ja, ich schaffe dich. Ja, kein Problem. Bratpfanne soll ich auch angreifen? Schaffe ich dann die Bratpfanne? Ich wurde auch ziemlich oft angegriffen, wie man sieht. Mein Dings ist voll leeren. So. Ihr seid doch, ihr seid übertrieben. Schaffe ich die Bratpfanne? Welchen Level ist die Bratpfanne? Ach, Level 8. Bratpfanne. Du hast ja gar keine Items. Da krieg ich ja nicht viel. Ich muss ein paar angreifen, die ein paar mehr Items haben. Das ist ganz wichtig. Umso mehr Items, umso mehr Bilder kann ich bekommen. Der sieht gut aus. Schaffe ich den? Ich hoffe doch mal. Und Krieger? Oh, das gibt gut. Ja, 2,65. Greifen wir hier noch einen an. Tausender Bereich vielleicht. Den Baumann hier? Nein. Schön viele Items. Schön viele Items. Der hat viele Items. Ehrenhalle. Nochmal 2000. Schön viele Items. Der Kollege hat auch schon gute Items hier. Und ist ein Krieger. Jawohl. 3,53%. Ich soll Sky HDX angreifen. Schaffe ich denn, Sky? Sky HDX schaffe ich dich denn? Natürlich hier alles im Livestream, deswegen. Ah, Stufe 6 sollte passen. Aber du bist in meiner Gilde, deswegen muss ich das ja so machen. Yeah, und 501 gewonnene Kämpfe. Jawohl. Greift Dolan Duck an. Ihr, was wollt ihr denn alle von mir? Ich kann doch nicht jetzt alle hier angreifen im Livestream. Dann schau ich doch gar nichts anzugreifen. Dolan Duck. Stufe 9. Naja, verliere ich ihn noch. Okay, locker gewonnen. Den angreifen hier. Wer ist das denn? Ist er weit oben. Auch Stufe 10. Gut schon geskillt. Och, den packe ich doch gar nicht. Der hat ja 115 Int. Ich guck mal, ob ich den schaffe. Den schaffe ich doch nie. Ihr habt das gesehen hier. Ihr Assis. Das wusstet ihr. Egal, dann komme ich weiter runter in den Rang, damit ich wieder nicht angriffen werde. Ähm. Zwerg hier. Habe ich den schon angegriffen? Keine Ahnung. Den habe ich schon. Verdammte Scheiße. Der hatte ziemlich viele Bilder. 1000. So was hier in dem Bereich vielleicht noch. Katzen Gott. Sieht gut aus. Jetzt soll ich Ape angreifen. Gilde. Äh, Gilde. Gilde. 30 Gold. Ape. Ape. Stufe 7. Das könnte... Der hat doch keine Items. Warum greife ich Ape an, der keine Items hat? Du Assi. Warum verarschst du mich denn so? Rang 400. Was ist hier unten denn so unterwegs? In diesem Bereich. Oh, der hat viel. Der hat auch schon viel Int. Schaffe ich den? Ich probiere es mal. Oh, knapp. Gibt aber gute Bilder. Ähm. Ehrenhalle. Dass ich ihn mir gleich nach oben. Katapultiere. Oh, der könnte auch hart werden. Oh, geschafft. Aber gibt viele Bilder. Jawohl. Ich mache erst mal auf 10%. Würde ich sagen. Schreiben wir mal hier Marco. Der. Hat Tränk und alles drin. Egal, haben wir weggenatzt. Auch kein Problem. Wen können wir denn noch angreifen? 700er Bereich vielleicht. Der Drago. Der hat auch schon viel Int. Aber den schaffen wir. Wir haben wir geschafft. Ich drücke immer auf Dungeons. Anstatt Ehrenhalle. Mann, Mann, Mann. 800er Bereich. Wen haben wir hier noch? Vielleicht noch ein Krieger wieder. Der hat auch viel. Ist auch drin. Dann den 900er Bereich. Vielleicht wieder ein Krieger, der auch viel hat. Ist immer gut. Boah, knapp. Aber geschafft. Ähm. Soll ich den Niklas? Soll ich auch angreifen? Hat er denn viele Items am Start? Ja, es geht. Ich habe jetzt nicht ganz so viel gegeben. Ja, ich kann den dann den Schlüssel finden. Vielleicht finde ich den ja. Wen kann ich noch angreifen? Den, äh, den Robert. Soll ich mal jemanden angreifen, der genau über mir ist? Oh, der wird hart. 111. Der hat 111. Int. Da kommt, das schaffe ich nicht. Ne. Ähm. Das wird hart. Das schaffe ich nicht. Greifen wir lieber in meine Nase an. Vielleicht den hier. Der hat 100 geschickt schon. Das könnte auch hart werden. Unten tragen. Ich glaube, ich verliere das. Ja, ich habe es verloren. Verdammte Scheiße. Dann mehr in den 500er Bereich. Der Shira. Auch verkackt. Oh Gott. Muss ich doch weiter nach unten. 1000. 7,29. Schnell noch eben hochpushen auf 10%. Damit ich weiter questen kann. Ähm. 780er Bereich. Der Powerboy ist hier noch. Hat gut viele Items. Habe ich den schon angegriffen? Nein, habe ich nicht. 7,41. Jawohl, da gab es schöne Bilder. Ähm. Ehrenhalle. 870. Der. Softie. Boah. Knapp gewonnen. Aber ich habe es geschafft. Dann noch. Weiß ich hier. 706. Habe wie den. Dragon 97. Und verkackt. gegen Drang 97. Ich sollte mir lieber anschauen. Bevor ich die Leute angreife. Aber ich klicke einfach mal. Was haben wir hier? Wenn ich über Arena mache. Verliere ich alles, oder? Ja. Die sind alle doch zu hoch. In dem Bereich. Weil ich auch noch nicht geskillt habe. Das sollte ich nicht machen. 1400er Bereich. Der Lameboy hat auch ziemlich viel. 7,91. Den soll ich den Livius LP soll ich angreifen. Waffe raus. Alles klar. Aber du hast halt. Hast du viele Bilder. Ja geht doch. So 8% habe ich. Den soll ich auch noch angreifen. Alle im. Im Livestream Chat schreiben. Die ganze Zeit. Ja. Greif den an. Der hat nur eine Epic Waffe. Ihr wollt mich doch. Und die Stufe 13. Jungs. Hört doch bitte auf. Später wenn ich fertig mit Level bin. Dann kann ich das wohl machen. Dann werde ich alle oben vernichten. Aber nun geht das noch nicht. Oh der wird da. Der könnte drin sein. Ja der ist drin. Oh es ist 34 schon. Ach nicht mehr. Noch nicht mal mehr eine halbe Stunde habe ich. 780 hatte ich schon. Was weiß ich hier. 788. Der Itchy 11. Hat viele Items. Oh ich habe verloren gegen Itchy 11. Verdammte Scheiße. Oh Gott. 42 Gold zur Zeit sind drin. In der Gilde. Dann habe ich gegen Itchy verloren. Gegen den alten Itchy. Ich soll auf 20%. Wie soll ich das denn machen in der Zeit. Guck mal auf den Tacho Leute. Ich muss das heute noch schaffen. Gegen Silber geschafft. Vielleicht mal kurz skillen. 1500 ist eine schöne Zahl. Ehrenhalle, Ehrenhalle, 700, 7000, was haben wir da dann? Stufe 1, oh, brauchen wir gar nicht. Dann machen wir mal 570, ich mache auf 10% ein Questig weiter. Oh, der hat viel. Und hat ein Gold gegeben, du alter Sack hast mir ein Gold gegeben, dafür scale ich ein Int. So, 902 ist Next Level. Der hat auch viel. Jo, gleich habe ich 10%. Mach mal Mucke, schreibt er. Nein, ich bin gerade in der Aufnahme, da mache ich keine Mucke. 721, der Wailer will angegriffen werden. Oh, der hat auch schon viel geschickt, schaffe ich den? Jawohl. Oh, noch einen, dann habe ich die 10%. 777, der Yintak. 9,71. 8,88. Haben wir den Gaylord, der Gaylord muss angegriffen werden. So, genau 10%. Wir können weiter questen, erstmal, ich habe 10%. Und jetzt geht es hier los. 10% Sammelalbum, 24% Gildenbonus. Hihihi. Das ist doch schön. Ich darf ich nur keine Quest verkacken. Weil das wäre jetzt ziemlich blöd. So, das haben wir auch hier. Das Sammelalbum werde ich dann noch... Oh, das ist eine gute Kette. Die nehme ich mit. Obwohl hatte ich nicht eine bessere sogar. 9. Ich hatte ja eine bessere, Mann, bin ich blöd. Egal, kann ich verkaufen. Weg damit. Dann Handschuhe. Int und Glück. Aber dafür eine scheiß Quest. So. Das Sammelalbum wird dann noch gepusht. Wie gesagt, oh, der Dungeonschlüssel. Hallo, Dungeonschlüssel. Komm in meine Tasche. Und wir werden den Dungeon öffnen. Moment, hört das Geräusch? Ah, so schön, dieses Geräusch, wenn der Dungeon aufgeht. Oh, ich liebe es. Ah. Diese Geräusche. So, Sammelalbum 10,41%. Yo, Bitches. Stufe 11. Stufe 11. Ähm. 532. Äh. Und eine Quest verkackt. Genau wie bei der Challenge habe ich eine Quest verkackt. Genau wie dort. 10 Minuten. Aber das ist voll wenig. Das ist voll wenig. Für 10 Minuten. So, wir trinken schon mal wieder nach. Oh, Leute, das Bier. Das Bier will alle. Ich brauche Nachschub. Oh, Mann, oh, Mann. Gib mir doch mal Nachschub. Ich will auch Nachschub haben. Was sind das denn für beschessene Quests? Welcher will ich denn rollen? Mann, Mann, Mann. Hier die größte Drecksscheiße an Quests mal wieder unterwegs. Okay, die ist gut. Die ist gut. Die ist gut. Bitte, bitte. Ja, ich habe es geschafft. Ein Ring mit Glück und Ausdauer. Muss ich sogar annehmen. 10 Minuten. Och, 10 Minuten. Och, 7 Minuten. Alle Scheiße. Und geschafft. Ring habe ich einen mit Int 2. Da lehme ich lieber den Glücksring. Beziehungsweise den Ausdauerring. Blätter einmal. Und schaue, was ich hier so habe. Oh. Auch mit Stärke. Glück. Int hat das Ding. 2 Gold und Glück. Int 8. Meins hat Int 12. Int 2. Das ist auch nur Crap. Was haben wir hier jetzt noch? Glück, Stärke, Geschick, Stärke. Rüstung, Ausdauer. Oh, Mann, oh, Mann. Vielleicht ein Kopf hier einfach. Lohnt sich aber auch nicht für 2 Gold. So ein Scheiß Ding. Int 2. Och Gott, sind das scheiß Items hier. Int 3. Das war ziemlich gut, aber 2 Gold muss ich kaufen. So. Ähm, ja. Machen wir weiter. Und wieder so beschissene Quests. Nämlich diese. Man muss halt immer drauf achten, ich habe einen Pilz bekommen. Sehr schön. Kein Crap kaufen, wie gerade gesagt. Glück ist Crap. Crap. Crap, scheiß Quests. Crap. Was haben wir hier noch? Int 9. Da war es eine scheiß Quest schon wieder. Die sind alle beschissen. Warum ist immer alles beschissen hier an Quests? Nur Crap. Rüstung 9. Kann ich verkaufen. Dann gibt es wieder Gold. Kann ich gleich wieder ein bisschen spenden für die Gilde. Was haben wir hier denn? 400. Muss ich das nehmen? Immer noch gut dabei. Nur eine Dings verloren. Och Gott. 1500. Für so? Mann ey. Jetzt muss ich die sogar nehmen. Also die Quests sind nicht gut. Stufe 12. Die Quests sind wirklich nicht gut, die ich gerade hier habe. Die ich überspringen muss. Also da gibt es bessere. Auf jeden Fall. Was haben wir hier? 377 für 5 Minuten. Ach so, eine Verarsche hier schon wieder. Das ist ähm. Okay. 11,18%. Ich werde die ganze Zeit angegriffen. Was ist das denn? Oh Mann. Warum macht ihr sowas denn? Ihr seid doch alle böse. Was spende ich das lieber, bevor ich wieder die ganze Zeit angegriffen werde? So, was haben wir hier? Stärke, Rüstung. Ach Gott. Also gute Quests, äh. Sehen anders aus. Gute Quests sehen anders aus. Auf jeden Fall. Vielleicht mal wieder reinlutzen in die Gilde. Weil ja lustige Leute im Leist für mich einfach angreifen. Und meinen, sie müssten es. Warum auch immer. So. Gold 2. Ich habe jetzt noch, wie viel? 53,3 Alu zu spielen. Ähm. Und bin Level 12. Was ist denn der Beste vom Level her? Zur Zeit. Stufe 15. Okay. Darkie ist Stufe 15 und hat Sammelalbum 31%. Du bist doch verrückt. Du bist doch verrückt, Darkie. Ähm. Was machen wir? Ich werde glaube ich erstmal Sammelalbum wieder reinhauen. Nehmen wir mal auf 700. Ein bisschen Sammelalbum wieder reinpushen. Oh, ich habe ein Gold gewonnen. Schnell wieder spenden. Das Gold muss gespendet werden. Gold 2. So. Könnte ich einen in meinen Arena-Bereich angreifen? Wird das was? Oh, das wird was. Abo knapp. Dann pushen wieder das Sammelalbum wieder. Ja, das ist natürlich ein längeres Video heute. Wie man auch sieht. 31 Minuten sind wir schon unterwegs hier. Das ist wie lustig, das Ganze hochzuladen. Den können wir auch nochmal angreifen hier. Der hat natürlich Bilder für mich. Natürlich. Hat er Bilder. Ähm. Post. Was geht denn in der Post? Man sieht schon wieder. Ich werde fleißig angegriffen und die wollen alle mein Geld wegnehmen. Mein Gold. Man hat verdientes Gold. Dungeon? Mache ich schon Dungeon? Nein, behalte ich. Mache ich später. Ähm. Wen greifen wir denn noch an? Wir greifen einen in Tausender-Bereich an. Das ist immer gut. Den vielleicht. Der hat nicht so viele Bilder. Doch geht eigentlich. Da hüpft es doch wieder. Da hüpft das Sammelalbum. Master Darky. Oh, der hat ziemlich viel. 12,2%. Ich sollte ihn hier angreifen. Wer ist das denn? Oh, der hat auch. Bester Platz 16 Zuschauer. Ja, ich greife dich mal an. Juhu. Zarko, 4,7. Ähm. Ehrenhalle. Ehrenhalle. Wieder angreifen. 1200 Bereich. Das ist natürlich jetzt hier random, wie ich einfach angreife. Zum Anfang. Später sucht man sich halt dann die raus, die man haben möchte. Oh, nur noch 15 Minuten für Happy Hour. Was, ich soll nochmal Knight irgendwen angreifen? Habe ich letztes Mal gegen ihn verloren, oder was? Der ist Stufe 10. Der hat so viel Int. Da verliere ich wieder. Seht ihr? Guck mal, wie ich da verliere. Wie viel Int er geskillt hat. Kannst du vergessen. Der hat so viel Int. 1400. 1400. Speedy 0-01. Boom. Speedy. Danke. 1500. Haben wir mein Held. Jawohl. Dieses Bild werde ich noch ändern. Das sieht total kacke aus. Also nicht wundern. Das muss ich noch ändern. Ich habe kein Hütchen, sehe ich gerade. In der Gilde sind inzwischen wieder 115 Gold. Dann können wir das auch wieder spenden. Und ich wurde schon wieder angegriffen. Ihr spendet doch alle zu viel. Bzw. ihr habt alle zu viel geskillt. 790. Philipp. Der ist drin. Der hat aber voll wenig Bilder. Der sieht gut aus. Habe ich den schon angegriffen? Nein. 12,91. Mach ich jetzt auf. Ich mache noch bis 10 vor, würde ich sagen. Und dann war es das auch wieder mit dem Durchhauen von Spielern. Weil ich muss ja die Alu fertig kriegen. Dann mache ich noch ein paar Dungeon. Und dann war es das schon wie mit heute. Geht ziemlich schnell, wenn man Happy Hour spielt. Und zum Anfang halt ziemlich viel rumgepimmelt. Denn man muss halt die datiert zusammenkriegen. Und einfach random erstmal alle angreifen hier, die man sieht. Malu, angreifen. Gib mir Bilder, gib mir Bilder. Ich brauche Bilder. Schöne Bilder. Bilder sind immer toll. Hatte der gerade ein E-Pick. Egal, ich töte ihn einfach. 115 Gold. Random Zahlen eingeben. Happy Hour for the win. So, 14%. Post, ein Zuschauer. Ich habe schon wieder... Ja, geht schon wieder weiter. Charaktermäßig. Könnte ich skillen. Ich werde die ganze Zeit angegriffen, oder? Kann das sein? Ich werde die ganze Zeit angegriffen, und verliebe mein Gold. Ihr wollt mich doch alle hier rollen. Das habe ich schon gezeigt, ne? Ich glaube schon. Oder hat er mich nochmal angegriffen? Wie viel? Ich habe bislang 551 gewonnen. Skyline. Hat keine Waffe drin, schreibt er gerade. Der Skyline. Jo, Skyline. Hier gibt es schöne Bilder. Schöne Bilder. Für den Zuschauer. Und ich klicke wieder auf Dungeon. Nicht auf Ehrenhalle. Denn ich bin ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Da unten ist es viel zu weit unten. Grey Force ist 477. Schaffe ich Grey Force? Joa, ich habe Grey Force geschafft. 15% gleich. Und immer noch 50 Leute beim Streamen. Sauber. Nach 10 Stunden. 50 Leute immer noch. Yeah. Ihr seid die Besten. Und das während der Aufnahme. Platz 654 ist natürlich der hier. Den ich eben schlagen werde. Das ist kein Problem für mich. Schaffe ich auch einen, der über mir ist? 118 Stärke. Den schaffe ich doch gar nicht. Guckt euch das an. Was wird dann dort wieder los hier? Was mit dem? Okay, der ist machbar. Oder doch nicht? Alter, kritisch hat er mich weg. Was hat der denn für eine Waffe gehabt? Der hat nicht viele Bilder. Der hat wieder viele Bilder. Hab ich schon angegriffen? Nein. Ich war die ganze Zeit dabei. Sehr schön. Ich auch. Übrigens. Ich war auch dabei die ganze Zeit. Daniel Let's Play. Da ist der. Den habe ich doch schon mal angegriffen hier. Was ist mit dem denn? Auch 100 geschickt. Ich glaube, das verkacke ich auch. Siehste? Voll viel geschick alle. Voll die bösen Leute. Und da geht's wieder los. Ich werde angegriffen die ganze Zeit. Yeah. Nimmt mein Gold doch weg. Ihr seid so toll. Ihr seid so toll. Echt. Nehmt es weg. So. Noch weiter. Jetzt ist es 10 vor. So langsam muss ich wieder anfangen. Meine Quest zu Ende. Äh. Damit ich die Alu noch komplett schaffe. Ähm. Skill eben dabei. Sonst ist das Gold gleich wieder weg. Und den Rest dann gleich wieder in die Gilde. Was haben wir hier denn? 4. 11. 5 Minuten. 4. 11 ist gut. Gilde. Ich muss echt schnell spenden. Sonst ist das wieder weg. Gold 1. Taverne. Weiter questen. Nur scheiß Quests. Ja. Nur scheiß Quests. Äh. Gilde. Gold 2. Schnell spenden. Inzwischen habe ich 80 Gold gespendet. Ist doch schon gar nicht mal so schlecht. Und vorher noch 30 oder so gespendet. Ähm. Ja. Etwas haben wir noch. Was haben wir hier? Oh. Ein Hütchen. Ich habe keine. Aber der ist scheiße. Nehmen wir lieber das hier. Ähm. 2. 30. Die nehmen wir. Stufe. 13. Ich muss leider wieder skillen etwas. So. Und dann wird gleich wieder der Rest noch in die Gilde gehauen. Nehmen wir die hier. Oh. 2000. Die erste 2000er. Gold 6. Zack. Gespendet. 5 Minuten. Ähm. Dann ist die besser. Haben wir noch Pilze? Nein. Ich bin fertig. Gleich ist meine Alu weg für heute. Und noch eine schöne Quest am Ende. So. Der Rest wird gespendet. Gold 6 nochmal hinein. Sind wir bei 135, was wieder im Pott ist. Hab gut was gespendet. Bin Stufe 13 geworden. Ist in Ordnung. 13, 13. Sehr viele sind 13. Einer war glaube ich 15, wie ich das gesehen habe. Der hat aber übertrieben gepilzt mit seinem Sammelalbum. Hier war einer 14. Das sieht doch gut aus. Das sieht auf jeden Fall doch gut aus. 13 ist in Ordnung. Gully greift mich sogar an. Na, der Gully. Kampfzeigen. Der Gully. Der hat aber eine krasse Waffe, der Gully. Hat er denn für eine Waffe? Ja, mit 73 Schaden. Du bist ein Übertreiber, Gully. Somit könnten wir noch Dungeons machen. Aber das werde ich erstmal nicht. Ich werde jetzt weiter mein Sammelalbum fliegen. Ich denke mal, dass dieser Part reicht erstmal bei 41 Minuten. Ich hoffe, das passt. Die Alu ist fertig. Wir werden dann weiter die Gilde ausbauen. Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei, wenn es heißt Let's Play, Shakes & Fitchet und diesmal normal der 10 Minuten, nicht der 10 Minuten Part, sondern normale Uhrzeit und nicht irgendwie unmenschlich spät, wie jetzt gerade. Das heißt, wahrscheinlich werdet ihr an dem Tag, wenn ihr das schaut, zwei Videos sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video mit einem Daumen noch umbewertet, wenn ihr noch dabei seid nach diesen 42 Minuten. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.